Wenn ich drehe oder auf der Bühne stehe, ist man irrsinnig im Moment. Ich habe mir den Moment, wo ich von der Bühne stehe, ist es nicht wahr. Wird jedes Jahr mehr. Da werden meine Kritiker in der Familie nicht kitschig werden. Weil die kritisieren das sofort, wenn der Appel einlöst oder schon überladen ist und so weiter. Beim Kinderlernen, so wie Liebe auf den ersten Blick. Ja, das war eigentlich so wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Ich habe einfach einen Traktor auf gesehen, dem was der Traktor nicht gehört. Und die Versicherung hat sich da geweigert mit den Zollen. Die ganzen Finger gebrochen. Das sieht man deutlich. Die ganzen Finger gebrochen. Und trotzdem spiele ich so live jetzt mit der Harmonika wieder. Der Film heißt 500 Meter Luftlinie.